Anführung kommt aus Braunau und ist von Gruyruf. Gruyruf, Gruyruf. Ich bin ein bisschen, die Kürtel in der Türkei. Ich bin ein Schauherzettung. Ich bin ein Schauherzettung. Und damit natürlich die Handgeloße in der letzten Zeit für die Tag. Komm her! Wir werden noch bei uns gebreitert. Mit Auflegen aus dem Zweiradspot und an die Angelegenheit. Meine Damen und Herren. Oh, auf der Kamera! Anliegen! Nein, da haben wir noch. So, fahren wir auf dem Fahrzeug. Moment! 1,60. Nein. 1,60. Ich bin ein Schauherzettung. Ich bin ein Schauherzettung. Oh! 1,60. Oh! 1,60. Oh! 1,60. Oh! 2,60. Oh! 1,60. 1,60. 1,60. 1,60. 1,60. Lass uns auf! Lass uns auf! Lass uns auf! Nell gewesen oben! 1,08,95! Wir haben noch aufholen können! Das wäre so ungefähr! Weißberg! Der Altbürgermeister, meine Liebe! Er ist der Tat Nummer 20! So, Achtung! Jetzt kommen wir an! Sieht, hat er da oben in den Aufenthaltsrat! Ich kann bei der Süßenseite abfuhren! Juck! Ja! 1,08,95! 1,08,95! 1,08,95! 1,08,95! 1,08,95! 1,08,95! 2,08,95! 2,08,95! 2,08,95! Der ist natürlich hier auch ein Stammgast, der heißt St. Agata. Das ist ein Schicksal... Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.